Hallo, Meier3007 hier. Ja, nochmal ein Video vom Nebelhorn. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Weil ich finde auch hier das Panorama so schön. Das wollte ich euch jetzt einfach nochmal so gezeigt haben. Die wunderschöne Bergkulisse. Ihr könnt es vielleicht erkennen, hier gibt es sehr sehr lange Wanderrouten überall. Werde ich jetzt auch noch ein bisschen rumlaufen hier. Ein bisschen was anschauen. Und dort drüben habe ich das vorherige Video aufgenommen. Von der Panorama Terrasse der Bergstation. Weiß ich nicht, ob ihr sie kennen könnt. Aber hier kam gerade wieder eine Seilbahn hochgefahren. Ja, mit so einer Seilbahn bin ich eben, wie gesagt, vorher hier auch hochgezockelt. Ja, wie gesagt, ich wollte euch hier nochmal dieses schöne Bergpanorama präsentieren. Also wir sehen uns wieder. Meier3007 Video kennenzulernen. Vielen Dank.